In der syrischen Ortschaft Nubol nördlich von Aleppo gibt es wieder Lebensmittel und Benzin. Die syrischen Regierungstruppen haben die Region mithilfe russischer Luftangriffe unter ihre Kontrolle gebracht. Wir sind jetzt vier Jahre lang belagert worden. Jetzt ist die Straße wieder befahrbar und es gibt wieder etwas zu kaufen. Benzin und Diesel und Nahrung. Einige Kilometer weiter an der Grenze zur Türkei staunen sich derweil tausende Menschen. Sie sind vor der Offensive der Regierungstruppen geflohen und harren in einem früheren Olivenhain aus. Wir sind vor den russischen Luftangriffen dem Iran und Bascha dem Verbrecher geflohen. All die Bomben und Flugzeuge. Und jetzt sind wir hier und sie sehen ja, wie es hier ist. Wir bitten die türkische Regierung, Mitleid zu haben mit den ganzen Vertriebenen hier. Aktivisten schätzen, dass sich etwa 40.000 Syrer wegen der jüngsten Offensive auf die Flucht in Richtung Türkei gemacht haben. Falls Aleppo ganz erobert wird, werden es wohl noch mehr. Vorerst hält Ankara die Grenze geschlossen. Ich bin jetzt seit einer Woche hier. Unsere Lage ist schrecklich. Wir bitten den türkischen Präsidenten, die Grenze zu öffnen. Die Situation ist schlimm. Es gibt hier viele Frauen und viele Kinder. Inzwischen hat die Türkei damit begonnen, neue Zelte an der Grenze aufzustellen und Hilfsgüter in die Region zu bringen. Ankara hat seit Beginn der Kämpfe rund 2,5 Millionen Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen. Vielen Dank. Vielen Dank.